Ich trainiere seit September 2017 beim Klaus im Studio. In einer Fitnesszeitschrift habe ich damals einen Artikel über die Mensch-Jusik-Klasse gelesen. Von da an war es mein Ziel, solche Wettkämpfe auch zu bestreiten. Ich wollte was erreichen, aber ich wusste nicht so recht wie. Über eine Empfehlung bin ich dann zu Sports Elite und Klaus gekommen. Als Jan zu mir ins Studio kam, hat er damals schon den Wunsch geäußert, an Wettkämpfen teilnehmen zu wollen. Er kommt ursprünglich aus dem Radsport und hat eine sehr gute Fitness. Seine große Disziplin und Zielstrebigkeit sind mir sofort aufgefallen. Durch mein intensives Coaching und seinen eisernen Willen stellten sich die sportlichen Erfolge auch bald ein. Schon zwei Jahre später nahm er an seinem ersten Wettkampf mit sehr guten Ergebnissen teil. Er hat mir als Trainer viel Vertrauen geschenkt und ich freue mich über seine großartigen Erfolge. Von Klaus bekam ich einen Trainings- und Ernährungsplan, an dem ich mich strikt gehalten habe. Ich machte große Fortschritte und zwei Jahre später war ich bereit für meine erste Wettkampfsaison. Diese war dann schon relativ erfolgreich, denn ich holte mir den Niederbayerischen Meistertitel sowie Top 3 Platzierungen in der Süddeutschen und Deutschen Unionenmeisterschaft und einen dritten Platz auf der Bayerischen Meisterschaft. Im Jahr 2021 war meine zweite Wettkampfsaison und ich holte den Vizetitel auf der Süddeutschen Meisterschaft und konnte mir den Titel des Bayerischen Meisters sichern. Das Jahr 2022 war ein Jahr voller Strapazen mit langer Diät und viel Training, aber es war auch das Jahr meiner Träume. Auf der Süddeutschen Meisterschaft errang ich nicht nur den Juniorentitel, sondern wurde auch Klassensieger und Gesamtsieger in der Menzphysik-Klasse. Auf der Bayerischen Meisterschaft gewann ich erneut den Meistertitel und zusätzlich den Gesamtsieg. Die Deutsche Meisterschaft war das absolute Highlight. Ich wurde Klassensieger und damit internationaler Deutscher Meister in der Menzphysik-Klasse und auch Gesamtsieger in der Menzphysik. Damit war ich auf drei Wettkämpfen dreimal Gesamtsieger. Ich hatte endlich erreicht, wofür ich jahrelang trainiert habe. Ich bin mir sicher, dass ich ohne Klaus diese Ziele nie erreicht hätte. Seine Betreuung war für mich der Schlüssel zu diesen Erfolgen, worüber ich ihm sehr dankbar bin. Ramona und Jan sind sehr erfolgreiche Athleten. Zusammen haben wir großartige Erfolge erzielt und als Trainer bin ich sehr stolz auf ihre Leistungen. Wenn auch du Interesse an einem Coaching hast, dann schau einfach bei mir im Studio vorbei. Ich freue mich auf neue Herausforderungen.